Heute spielen wir mal Minecraft in der drittältesten Version, wo man Minecraft, wo man Ender-Drachen besiegen kann, durch. Zu meiner Minecraft Version 1.1. Ich habe diese Version Next ausgewählt, weil es die erste Version ist, wo Sprachen auswählen kann und weil ich mit meinem Deutsch eher mehr vertraut bin als mit der 1.0 oder Beta 1.9 Privilege 6. Würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal eine Welt und würde sagen, MC Duel Spielen 1.1. So, ja, Strukturen an, mit dem Standard, fertig und Neuwelt erstellen. Ja. Äh, weil es in dieser Version noch nicht möglich ist, Sachen zu traden mit Villager. Ja, ähm, können wir auch nicht, ähm, können wir auch nicht, äh, gar in Ruhe, weil, müssen wir ändern mit Farmen. Also, das kann schon echt EKF werden, aber zum Glück, aber in dieser Version gibt es zum Glück noch keine Widerskletze bei Netterfestungen. Das hier geht immer noch, ich drück die 1, geht nicht, ich muss ja alles einzeln rein holen. So, was ist die Spastelstunde, als hieß es damals noch? Wow. Äh, äh, so, äh, Glück auf. Okay, es hat sich bis jetzt nicht verändert. Okay, Minecraft Duel Spielen in der, die Kohle. Weil ich bis jetzt noch nicht großartig was mit Speedrun, äh, gemacht, weil ich ja noch nichts mit Speedrun gemacht habe, bin ich relativ langsam bei Minecraft Duel Spielen. Was willst du jetzt, Kuh? Man, es sieht so aus wie Kies, aber Kohle. Aber ein Schoffel, ein Schoffel kann auch mal gut sein. Ich halte euch, ähm, am Laufenden, Laufenden, wenn was schlippferdig. Ich hab's in die Pärle. oder es kraften rezept ist ja oder es kraften rezept ist anders ah man kraftet sich das aus goldnuggets man kriegt direkt nur pgoldapfel raus ja moin und pgoldapfel ok jetzt läuft es gut so ich hab das ja endlich nach über eineinhalb bis eineinhalb stunden endlich hab ich es geschafft endlich diamanten zu finden ja ja sp sheer dem Lied auf Fusser, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020